Induktionskochen auf einem Falcon Range Cooker sorgt für bessere Kontrolle und mehr Effizienz verglichen mit traditionellen Kochplatten. Da es weder offenes Feuer noch heiße Elemente gibt, ist der Herd sicherer und leichter zu reinigen. Dieses Video gibt eine Einführung in diese innovative Technologie. Unter dem Glas jeder der fünf Induktionszonen befindet sich eine große elektrische Induktionsspule, die ein Hochfrequenzmagnetfeld erzeugt. Dieses Feld verbindet sich direkt mit dem Metall im Topfboden. Der Wirbelsturm reagiert dann mit dem Widerstand des Bodenmaterials in der Pfanne, erhitzt den Boden und dadurch den Topfinhalt. Der Inhalt des Topfs lässt sich dadurch direkt kontrollieren. Nicht alle Töpfe eignen sich für Induktionsplatten. Sie sollten aus hochwertigem Stahl oder Eisen gefertigt sein, mit einem dicken, magnetischen und idealerweise leicht konkurren Boden. Hält ein Magnet am Boden des Topfs, eignet sich dieser normalerweise fürs Induktionskochen. Jede Veränderung der Energiezufuhr wirkt sich unmittelbar auf das Metall am Topfboden aus und wird sofort auf die gekochte Speise übertragen. So haben Sie alles im Griff. Ist kein Topf auf der Herdplatte oder ist dieser nicht induktionstauglich, wird keine Hitze erzeugt. Würden Sie einen Topf in der Mitte durchschneiden und die Induktionsplatte anschalten, heizt der Topf zwar sofort auf, das Glas daneben bleibt aber kühl. Mit der Zeit wird allerdings die Hitze vom Topf auf das Glas übertragen. Die Induktionsplatte zeigt an, wenn das Glas heißer als 60 Grad Celsius ist und nicht berührt werden darf. Mit den Drehknöpfen lässt sich die Energiezufuhr einfach steuern. Sie reicht von 1, einer sehr sanften Einstellung, etwa zum Warmhalten von Speisen, bis zu 9 für schnelles Kochen. Es gibt zwei fixe Niedrigtemperatureinstellungen. Die Einstellung L1 ist ideal für das sanfte Schmelzen von Butter oder Schokolade. L2 ist ideal, um Nudeln, Reis oder einen Fond optimal am Köcheln zu halten. Powerboost ermöglicht 10 Minuten erhöhte Energiezufuhr. Damit lässt sich ein großer Topf mit Wasser schnell zum Kochen bringen, viel schneller als mit Keramik oder Gaskochplatten. Die Überhitzungsfunktion hält automatisch einen sicheren Pegel, etwa wenn Inhalt im Topf anzubrennen oder über zu kochen droht. Die Kindersicherung verhindert das versehentliche Einschalten. Speisen brennen nicht auf dem Glas an. Verschüttetes lässt sich leicht mit einem feuchten Tuch oder Reinigungscreme säubern. Induktionskochen hat eine Effizienz von 90 bis 95 Prozent. Das heißt, nahezu die gesamte Energie wird zum Kochen verwendet. Beim Induktionskochen mit Falcon haben Sie die Kontrolle. Induktionsplatten finden sich auf einer Vielzahl von Falcon Range Cooker. Besuchen Sie die Webseite von Falcon, wo Sie alle verfügbaren Modelle finden. Das heißt, das ist die Webseite von Falcon, wo Sie alle verfügbaren Modelle finden. Vielen Dank.